Bringen Sie Ihr Futter in Topform mit den neuen Fendt Forma Schwadern. So vielfältig wie Ihre Anforderungen ist das Forma Produktprogramm. Der Forma ist allen Anforderungen gewachsen. Dank des Lenksystems und der Druckluftbremse sind Sie sicher und komfortabel zum nächsten Einsatz unterwegs. Am Vorgewende wird ein Abschalten der Kreisel überflüssig. Der Jet-Effekt senkt den Kreisel zuerst hinten und dann vorne, weil die Kreisel außerhalb des Schwerpunkts aufgehängt sind. Beim Ausheben läuft es genau umgekehrt. Damit stechen die Zinken nicht in den Boden ein. Ein sauberes Schwad und beste Futterqualität sind die Folgen. Und die Maschine und besonders die Zinken werden geschont. Patentiert ist die Aufhängung für eine perfekte Anpassung, auch an schwierige Bodenkonturen. Von Anfang bis zum Schluss. Jedes Schwad liegt in perfekter Form. Bei den Seiten- und vier Kreisel-Schwadern heben die Kreisel immer perfekt aus. Effizienz zeigt sich nicht nur in Arbeitsqualität und Leistung. Effizienz beginnt schon beim Antrieb. Alle Fendt-Former-Schwader arbeiten besonders kraftstoffsparend, verschleißarm und futterschonend und sind besonders langlebig. Die Einstellung der Kurvenbahn erfolgt bei allen Fendt-Formern leicht über eine Haltestrebe und eine Lochkulisse. Bei den zwei Kreisel-Mittelschwadern erledigen Sie die Schwadbreitenverstellung mit einem Handgriff. Schaffen Sie Platz und profitieren Sie von einer Bodenfreiheit unter den Zinken von über 50 cm. Zusammen mit dem optimalen Aushubzeitpunkt wird das Schwad so am Vorgewende nicht mehr verwirbelt. Optimale Schwade auch am Vorgewende sind die Folge. .